NBA-Legende Dikembe Mutombo an Hirntumor gestorben In einem tragischen Verlust für die Basketballwelt ist die NBA-Legende Dikembe Mutombo im Alter von 58 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Informationen über seinen Tod wurden kürzlich von seiner Familie veröffentlicht, die in einer Mitteilung die Trauer um den Verlust ihres geliebten Vaters und Ehemanns zum Ausdruck brachte. Mutombo, der vor allem für seine beeindruckende defensive Spielweise und seine charakteristische Geste des Fingerzeigens bekannt war, hatte eine herausragende Karriere in der National Basketball Association, NBA. Er spielte für verschiedene Teams, darunter die Philadelphia Saxipixers, die Atlanta Hawks und die New Jersey Nets. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Verteidigung brachten ihm vier Auszeichnungen als NBA-Defensivspieler des Jahres ein, was ihn zu einem der besten Verteidiger in der Geschichte des Basketballs machte. Die Diagnose eines Hirntumors ließ die Basketballgemeinde schockiert zurück. Laut Berichten habe Mutombo im Sommer 2023 die ersten Symptome bemerkt, die schließlich zu der Diagnose führten. Trotz seines Kampfes gegen die Krankheit blieb er bis zuletzt optimistisch und wollte eine Botschaft der Hoffnung verbreiten. Freunde und ehemalige Kollegen berichten von seiner unerschütterlichen Positivität und seinem Wunsch, anderen zu helfen, auch in schweren Zeiten. Mutombo verstand es, über seine eigene Krankheit hinaus zu blicken und wollte seine Plattform nutzen, um das Bewusstsein für Hirntumor-Erkrankungen zu schärfen. Seine philanthropischen Bemühungen, insbesondere in seiner Heimat, dem Kongo, genossen große Anerkennung. Mutombo setzte sich intensiv für die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Region ein und unterstützte zahlreiche Projekte im Bereich Gesundheit und Bildung. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Seine Stiftung hatte das Ziel, die Lebensqualität der Menschen in seinem Heimatland zu verbessern und wurde für ihren Einsatz geschätzt. Die Trauer um den Verlust von Mutombo wird von vielen in der Basketball-Community geteilt. Bekannte Persönlichkeiten und Spieler haben ihre Erinnerungen und Beileidsbekundungen in den sozialen Medien geteilt, um ihren Respekt und ihre Wertschätzung für das Lebenswerk von Mutombo auszudrücken. Der NBA-Kommissar Adam Silver erinnerte sich daran, dass Mutombo nicht nur ein außergewöhnlicher Spieler war, sondern auch ein Mensch, der sich für das Gute eingesetzt hat. In den nächsten Wochen wird ein Gedenken an Mutombo organisiert, um sein Erbe und seine umfangreiche Beitragsleistung zu feiern. Die NBA wird diesen denkwürdigen Moment nicht vergessen, sondern auch die Lektionen, die Mutombo sowohl auf als auch neben dem Spielfeld hinterlassen hat. Sein Tod hinterlässt eine Lücke im Herzen vieler, die ihn als Spieler und als Menschen kannten. Mutombo wird nicht nur als Basketballer, sondern auch als wahrer Botschafter des Guten in Erinnerung bleiben. Verfasst von Anita Farke, Dienstag, 1. Oktober 2024.